DOOM ETERNAL Wir arbeiten ja noch daran Und in diesem Sinne, wir sind wieder bei der Mission, wo wir zum Mars müssen Mittelpunkt des Marses wollen wir Wir haben noch ein fettes Loch reinbrannt mit einer Big Fucking Gun 10.000 Und jetzt halten wir hier in der Gegend drum und versuchen Dahin zu kommen Richtung Mars, mit der Rettungskapsel zum Mars zu kommen Warum? Wir biegen da vorne jetzt rechts ab Nein, wir biegen nicht rechts ab Ich wüsste wie die Türen aufgehen Aufzug Ha! Das Geheimnis von vorher Naja Prawler So, wo ich vorher nämlich nicht reinkam Manchmal weiß ich echt nicht, wie ich in sowas wichtig hinkam Naja Zugang zur Brücke der Oberflächenkanone Zugang zur Brücke der Oberflächenkanone Manuelles Laden E-Mail signiert Das ist eine Waffe Kein Teleporter Dann ziehst du noch nicht Wenn ich fertig bin damit Was das Ding kann und was nicht Kann ich da eigentlich nochmal runter? Vielleicht kann ich jetzt da durch Vielleicht kann ich jetzt da durch Irgendwann finde ich es schon raus Irgendwann finde ich es schon raus Nur weil es eine Waffe ist Heißt ja noch lange nicht, dass es kein Teleporter sein darf Oder? Also ich wüsste jetzt nicht, dass das eine das andere ausschließt Besuchen sie Jessica in der Personalabteilung Und nehmen sie an der UAC sterblich gehandicapten Blutspenderaktion teil Seien sie großzügig So Das war es jetzt eigentlich Wenn wir jetzt nicht ganz deutsch Habe ich jetzt Alle Runden freigeschalten Ja Das schaut alles sowas von cool aus Die halbe Zeit Okay Tja mal Das Ionen Katapult ist ausschließlich für Kaliber 85 Munition der UAC gedacht Ah Ernst Ernsthaft jetzt? Ich habe es dir schon gesagt An Coolness Eigentlich ja schon nicht mehr zu überbieten Ach leck mich doch Das hat mich interessiert Wo ist denn das Loch, wo ich gerade reingeschlagen bin? Vielleicht da oben so Gut, aber man kann da irgendwie rauf Und auch nicht Ja Ja Ich habe auf dich jetzt geschaut Ich auch, aber es hat nichts gebracht Ich auch, aber es hat nichts gebracht Ja 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 Das ist eine unendlich lange Mission Ich sehe das schon Was macht ihr noch? Ja Doom 64 Intro Saugeil Das kann sicher was Ich würde aber gerne einmal da runter Blöööö Wärt da runter Da links Blööö 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 Blöö Blööö Blöö Blööö Das war's. Ich kann mich raten. Ja, darauf gekommen ist halt ein bisschen, ein bisschen unmöglich. Hey, hey! Geht doch. Du siehst ja schon, welche Waffe bevor er zuteil gesetzt wird. Umgesehen für die Plasma-Kanone Muni stört mich jetzt nicht. Da war ich sag noch. Das war's. 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 Ziemlich verarschen. Das heißt, ich bin davor sowieso hingegangen, eigentlich ohne ersichtlichen Grund, weil ich wäre sowieso dahin portet worden, leck mich doch einmal, leck mich doch einmal anstelle ich. Das heißt, ich bin davor, ich bin davor, ich bin davor. So. Mal kurz das nachschauen. Ich schätze mal, ich komme da jetzt sowieso irgendwie hin. Ich bin davor, ich bin davor, ich bin davor. Ich bin davor, ich bin davor. Ich bin davor, ich verkörte dieses Wasser, in die diamond des Barsamsen Getrenn, ich bin davor. Also das hätte sicher sein, weil eigentlich ausgehen müssen nach Adam Riese. Hä, wo kommst du her? Was war mit Himmels los? Was gibt's denn mit Erdbeeren? Vielleicht gibt's ja jetzt mittlerweile für Muni-Kring. Könnt ihr sein? Ja. 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 Ich find Jump'n'Run ein lange ja cool, so wie das da. Aber sowas da erhöht praktisch nur die Spielzeit, aber für im Endeffekt nix. Weil das ist jetzt ja wirklich nicht das Hauptproblem. Ja. 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 das kann ich ändern wenn sich wirklich schlecht fühlt aber es ist es 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 Jetzt falle ich von dem Planeten. Oh, da war ja was. Okay, das zweite war jetzt für den Arsch, die hätte ich gleich nehmen sollen, wieso habe ich Dottel das nicht? Oh, zahle. Mal gut. Jetzt erinnerst du an Resident Evil. Bei dir funkt das nicht, oder? Wer platzt? Ja. Das wäre jetzt auch der letzte Jahr vorgeschönt. Okay. 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 Und jetzt? Hoppala. Da kann doch immer was. Boah. Boah. Ich geh jetzt hin. Da ist so ne Waffenenergiezelle. Gut, dem Ausweichen ist ja nicht schwer. Deshalb muss man ja wirklich nur schauen, dass das mal. Äh, ttttt, geht alles schwierig. Okay. Das war's. Da leckt mich einer. Wahnsinn. Aber da unten kann ich sicher irgendwie weiter. Aber da mal. Keine Gegner. Für Munition. Für Munition. Das hat so geil aus. Der Kopf da drinnen steckt zu komisch. Ok, ich muss irgendwie rauf, über mir. Ja, das habe ich jetzt auch viel steuern können. Nämlich genau Nate. Man mag Sinn davon, dass ich da so Akrobatensprünge im Weltraum eigentlich mache. Ich bin so ein Sautotl, für was gibt es denn das Sprungball? Oh Gott. Hey! Ha! Ha! Jetzt haben wir ihn live dazu. Sehr gut. Samt live. Erhöhe. Na toll. Rüber am Dreiecken? Na, sicher. Na, da. Na, da. Na, da. Na, da. Oh Gott, jetzt ist er von rechts ein Schlüssel oder nicht mehr? Fuck Das ist ja anders, von da gehts ja nicht drauf. Ja, warum ist ein Schlüssel? Oh Scheiße Lüftung 6 Scheiße Wir können eigentlich so Tentakel aus dem Boden schießen, wenn im Endeffekt das Metall ist. Da kann man in 100 Jahren nicht aufhören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einzelnen Ok, ich muss da oben von der Nutzungsschacht rein und da raus. Nur von welcherer Seite? Irgendwie von hier. Scheiße, Tumor und echt viele Rätsel. Aber wenn ich da jetzt weiter gehe, dann kann ich Schürzen gehen. Das muss ja irgendwie gelingen, das gibt es ja nicht. Das muss ich normalerweise schon ausgehen. Ich kann alles mögliche, aber darauf komme ich nicht. Oh ja. Was hilft mir jetzt? Was? Nix, ne? Scheiße! Ich finde das. Ich werde das finden. Irgendwo. Irgendwie irgendwo. Na? Na? Geht doch. Nummer 1. Jetzt ist die Frage. Wie kriege ich jetzt da? Wie kriege ich, beziehungsweise komme ich da rüber zu dem Schlitz? Ich weiß nicht, wenn ich da runter gehe, komme ich da nicht mehr wirklich hin. Wenn ich rauf komme. Ach Gott, ey, das gibt's ja nicht. Die Räume sind ja nicht mehr verpunden. Muss im Nebenraum sein. Kann ich da irgendwas machen. Hä? Ha! 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 Das wird jetzt wieder heavy werden. Bist du fertig? Das ist ja nicht mehr. Das war's. Okay. Okay. That's right. Okay. 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 Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen überfordert. Dezent. Okay. 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 Okay.